HELLO und herzlich willkommen zu der geballten Ladung Action. Heute könnte es möglicherweise die letzte Folge sein. Und ich join drauf, komm, komm, komm. Okay, ich join auch drauf. Auf jeden Fall könnte es die letzte Folge sein. Ich mach kurz noch ein paar Grad. Obwohl, ne, 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 wenn wir jetzt noch Dias bekommen. Ah, ne. Dann werden wir ja sozusagen verarscht. Ich such grad den Weg zurück. Ja. Ah, da bist du. Aber sollen wir die Dias hier lassen? Nein. Falls wir sterben sollten, gönnen wir die Dias. Oh mein Gott, da wäre einer reingefallen. Vorzeitiger Tod vor dem Kampf. What's up? Oh, scheiße. Oh, okay, sie sind nicht da. Doch. Ich hab das Gold jetzt mal liegen lassen. Hey, Devil hat das Spiel vorzeitig verlassen. Steht bei mir dran. Okay, komm, wir müssen noch deine Sachen enchanten. Ja, ne, aber das ist hier lang. Komm. Ach so, okay. Hoffentlich, falls wir im Kampf sind, währenddessen werden wir da nicht gekickt. Nach rechts dann. Ja, ich seh dich. Okay, also, ich setze aber noch kurz meine Rüstung. Also, das ging ja grad eben vorher nicht. Wohl. Ich baue mich gleich. Ich baue mich hoch. Ja, mach. Ja, wir haben doch einen Weg. Ja, das dauert aber ein bisschen. Er hat mir grad auf Test was geschrieben. Unbreaking, komm. Dann noch die Schuhe. Action 1. Okay. Und was hat er da geschrieben? Er muss ja Minecraft kurz neu starten, aber das dauert ja nicht so lange. Ich nehme kurz noch alles Wichtige mit, oder? Ja, ja. Oder soll ich die 7 Dias mitnehmen, oder nicht? Äh. Ja, nehmt die mit, die können, falls wir sterben sollten, dann können wir die schon. Ja, das ist eine Bedohnung. Gerne. Ähm. Ich nehme kurz noch alles aus den Öfen mit. Hast du eigentlich genug zu essen? Äh. Ja, ja. Ich hab 28. Okay. Ich hab neun. Also, ich hab insgesamt 19 Steaks. Also, Spein und Kuchen. Und ich hab Druckler. Ah, da bist du. Ja, oder? Sollst du noch mal Freude bekommen? Ich grab mich jetzt einfach nach oben. Scheiß drauf. Ich seh dich. Ich bin direkt neben dir. Wir haben doch hier unseren Weg gehabt, oder? Nee, nee. Aber woanders. Okay, ich baue mich jetzt nach oben. Ist mir egal. Ich hoffe, hier ist das. Warte, komm. Komm mit. Also, wollen wir denen jetzt Koordinaten scheiden? Oder nicht? Okay. Warte kurz noch. Wir müssen erstmal ne schöne Stelle finden. Okay, warte. Okay. Okay, ich hoffe. Ich hoffe. Naja. Die Ruppler sind nicht von langer Dauer. Ich könnte Skype beenden. Dann vielleicht noch. Ey. Binne. Lass es. Okay, komm. Wir bauen uns jetzt einfach das Geld nach oben. Ja, warte. Das könnte ich noch schließen. Ich baue mich das Geld nach oben hier. Ich hoffe, es lag nicht während dem Kampf. Also, bisher lag das nicht. Ich hoffe, ich habe keine FPS Drops während dem Kampf, weil das wäre echt scheiße. Ja. Ähm. Ich nehme unseren normalen Weg, weil ich den gerade eben gefunden habe. Hier ist Wasser. Also, ich bin oben. Ja. Du bist oben? Nice. Ich bin auch sofort oben. Wir gehen jetzt zum Spawn. Okay. Ich habe übrigens 13 Pfeile. Frag mich nicht wieso. Wahrscheinlich wegen einem Skelett. Ich habe aber auch, denke ich habe bis 18 Pfeile. Wollen wir denn trotzdem insgesamt elf Pfeile geben oder wie? Wir geben elf Pfeile, da die keine haben. Bestimmt bekommen die auch noch irgendein Skelett oder so. Warum habe ich eigentlich zwei Zucker? Wahrscheinlich von einer Witch. Wollen wir jetzt losgehen? Ja, machen wir. Jungen Mitte. Ja. Ähm. Hier ist die Wand. Ich glaube, wir müssen ent... Ja, wir gehen in die Wand Richtung. Vielleicht finden wir es ja durch Zufall. Hashtag X-Ray. Nicht. Ha. Vor allem, was bringt ein X-Ray hier? Ja. Was bringt das? Ja, halt für Diamanten, aber... Man kann es ja nachschauen für die... Also die Admins können es bestimmt nachschauen. Komm jetzt. Jorgen. Ich hoffe mal. Na gut, ich lagge nicht. Freue ich mich wirklich. Ich lag auch nicht, aber wegen meinen FPS halt. Also die FPS sind normal. Ja, die sind gerade auch ein bisschen bei mir ein bisschen unter 30, aber... Unter 30 sind meine nicht. Das ist... Gut. Ja, aber... Wir haben so scheiße. Wofür? Das ist ganz und gar nicht. Bin ich toll, aber naja. Damit komme ich klar. Ab. Früher habe ich die ganze Zeit instant nur 20 FPS gehabt mit meinem... tollen Laptop. Okay, ähm... Wir müssen weit nach rechts. Ich bin... Ich bin hinter dir. Keine Angst. Ich sehe dich schon. Jetzt gerade nicht mehr, aber... Ich sehe dich schon. Ja, ja. Dann sehe ich dich wieder. Guck, alles in Ordnung. Easy peasy. Okay. What? Ups. Wir finden den Spawn nicht. Gefällt mir. Und... Fühl ich echt nicht gut. Wie viel Essen hast du? Und falls wir den Kampf gewinnen... Ähm... Ich habe genug, 17 noch. Okay, gut. Passt. Was... Was wolltest du gerade sagen? Es passt. Was wolltest du gerade sagen? Na ja, genau. Wenn wir den Kampf gewinnen, dann... Kann ich noch ein paar Koordinaten nennen, wo wir danach hin können. Wo wir vielleicht 4 Dias und auf jeden Fall 26 Eisen finden. Okay. Geschmolzen 26. Na, so stimmt. Ja, das ist ja erst jemand gestorben letztens. Ja. Trauriger Tod. Aber wir holen sie und... Ah, wir sind glaube ich fast da. Siehst du die Berge da rechts? Die kommen ja aus dem Oberfluss. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Weil der Minecraft nochmal startet. Was? Mann. Doch, das sollte schon reichen. Ich würde es unbedingt kämpfen. Weil wenn, ja, wenn. Das ist voll die unnötige Folge. Hier. Voll die Verschwendung. Ähm. Bin auch auf der anderen Seite. Ja, richtig kacke. Hat doch gerade eben schon Minecraft 0 gestartet. Ja. Äh, keine Ahnung. Hast du deine Rüstung enchanted? Ja. Weißt du, wo die Kottis sind, wo wir hergekommen sind wegen den Sabotis? Äh, ja. Wir finden einen Weg auf jeden Fall zurück. Okay, wo sie sind? Da bist du. Okay, ich sehe dich. Quads, wo sind die Quads? Vor allem, wo sind die Quads? Ja. Wer hat die Koordinaten aus der Dose geklaut? Wir haben 25 Fleisch. Wir haben 25 Fleisch. Ja, hast du die DS dabei? Ja. Na gut, hast du einen Zaubertisch dabei? Ne, gell? Scheiße. Ne, hab ich nicht. Wo bist du? Ne, über den Bergen. Über die Berge. Über den... Ne, ja doch, ich sehe dich. Du wirst, glaube ich, ein bisschen weit nach links. Bin ich zu weit nach links? Also gut. Ja, ich glaube, ne zu weit nach links. Hier war jemand. Hier war jemand. Da ist der Wald. Wir könnten ihn hier versuchen. Oh Gott. Langsam runter. MLG? Okay, doch. Das ist eigentlich unnötig. Ich bin im Wasser unten. Siehst du mich? Ja. Hallo. Stimmt. Stimmt. Da ist der Wald. Minus 799 und 400. Okay, dann müssen wir in die Richtung, weiter in die Richtung. Und, ähm... Was war das andere? 400. Okay, wir müssen hier, ähm... In diese Richtung. Okay, da bin ich wieder. Ich war grad auf stumm gestellt. Ähm. Achso. Wir müssen in diese Richtung. Folgt mir einfach. Ja, ich sehe dich wohl. Ich hab die Kontinaten auch im Chat gesehen. Ja, ich hab die halt offen gerade. Schade drauf. Ähm... Miss zensieren müssen die. Wir denken halt nicht die Koordinaten, weil... Ja, wir nehmen ja... Folgt in der Form. Wir sind... Äh, da ist der Spawn. Oh, jetzt bin ich... Instant gebratenes Fleisch von Tieren. Fällt mir grad auf. Die Ansage sind da. Okay. Wir sind auf jeden Fall da. Ach gut, ich bin der Spawn. Oh Gott. FPS. Ich glaub's gerade. Direkt wo wir hier waren. Ja. Okay, nice. Da sind's da. Geh mal da. Geh mal... Wie viel Pfeil aus wirst? Okay, ähm... Ich geb denen jetzt 13 Pfeile, ja. 13, okay. Waren es alle von dir? Gib mir mal, ähm, die Hälfte von deinen. Okay. Okay. Je-weil... Bereit. Oh Gott. Ich hab was falsch hin. Bist du bereit? Nein. Die haben jetzt jeweils... Die haben ja auch weniger. Die haben ja weniger. Passt. Ich hab Essen reingepackt. Ja, das ist eigentlich gut. Okay. Okay. Warte, das könnte ich... Wohin die denn hin? Und dafür... Okay, die sind da hinten. Wo da hinten? Okay. Wo da hinten? Ready? Da in der Richtung. Okay. Okay. Drei... Drei... Scheiße, es geht los, Leute. Drei... Eins... Go. Okay. Good luck. Wir stehen keine unnötigen Pfeile, verstehe ich. Ah, bei mir sitzt sie bei uns. Ja, ich seh's schon. Okay, ich hab's in einen Pfeil verschossen. Hier auf einem Devil. Da? Du gehst auf deinem Devil, ich geh auf... Oder warte. Warte, ich schlag sie einmal, dann haben die... Hier, wir haben eine Pantanfeuer. Nice. Ich hab ihn angezündet. Ich hab einen Devil getroffen. Gott, er geht auf mich. Mach dich. Ich hab einen Devil. Achtung, sind denn der dir? Das ist ein Feuer. Ja, nice, geil. Ich will den anderen töten. Lass mir den. Oh Gott, Lava, ich hab's gar nicht gesehen. Ich will den einen töten. Schieß deinen Feuer. Schieß deinen Pfeil rein. Ich... Kann sogar sein, dass ich ein bisschen geleckt hab. Das tut mir leid. Also, falls ich geleckt hab, tut's mir leid. Ich will... Ich will diesen töten. Ich will den töten, unbedingt. Also, ich schieß einen Pfeil rein. Nein! Ich will den töten, ne? Ach, Mann. Jetzt hast du Zeug hier. Okay. Wir sammeln die Sachen auf jeden Fall ein. GG auf jeden Fall an euch! Äh, Prost. Hast du einen Dia bekommen? Äh, ich hab... Nix. Ne, ich hab gar nix. Ähm... Wollen wir jetzt kurz die Sachen? Ja, mach mal die Kiste hin. Achtung. Ich mach mal kurz eine Werkbank und... Ja, stimmt. Aber wir können nur eine Einzelkiste machen, weil das irgendwie mit den... Warte, ich mach die Werkbank kurz. Ich hab schon eine gemacht. Ah, okay. Machst du die Kiste auch, oder nicht? Okay, ich hab acht. Ja. Hier. Okay. Teamkiste. Warum auch immer das direkt eine Teamkiste ist? Äh, ist das auch eine Teamkiste? Ja. Okay, da war ein... Die hat eine Rück... Alter, die hat ein übelst geiles Schwert. Die haben ein gutes Schwert, ne? Wir nehmen das mit, was wir brauchen. Wir nehmen auch den Bogen, oder? Ja, gut. Ja, warte, ich hol mal kurz die andere Sachen, oder? Die liegen ja. Doch, die liegen ja. Das ist schon irgendwo. Eingesammelt. Okay, Schutz 1... Oh mein Gott, wie geil, Alter. Oh fuck, es tut mir jetzt voll leid für die. Ja. Ja. Oh man. Uh. Okay, ähm... Ja, hier liegt nichts mehr. Ich find's zumindest nichts. So. Oh man. Schauen wir mal. Ich nehm jetzt alles mit, was ich brauche, und tu alles weg, was ich nicht brauche. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Wollen wir jetzt noch versuchen, zu den Cordis zu kommen? Wenn wir jetzt alles dabei haben? Ich weiß gar nicht. Ich hab die Cordis also. Okay. Power 1 Bogen. Instant Hell. Ja, nehmen wir auch mit zwei mit. Ähm, die Schutzhose nehmen wir auch noch mit. Okay, ich hab alles dabei. Ich kann jetzt die Kiste testen. Ja, ich kann einfach alles direkt. Okay. Okay, Cordis, also... Oh, die Brust dachte, was war das hoch? Schusssicher, gell? Können wir nicht gebrochen. Ähm, fuck, das ist nicht mal die richtige Datei. Ich hab hier noch eine andere gespeichert. Ähm, ich bewege mich also grad nicht. Cordis da. So heißt die Datei. Und... Ah. Okay. Okay. Äh, Devil hat mich anfangs irgendwie voll gut gehittet. Oh man. Ich war einfach defensiv. Also egal. Hast du die? Minus 600 und 346. Oh man. Super leid. Minus 600 irgendwas. 674. Und 346. Aber das ist positiv. Also wir haben noch 3 Minuten und das positive ist. Wir können uns jetzt schon mal Schärfe 3... Ich kann mir ein Schärfe 3 Eisenschwert machen. Nein. 674. Und 346. Oder ne, der Teil war ja Rückschluss drauf, scheiß. Ist nicht gut. Das ist doch in Ordnung. 674. Und 346. Ne, der Teil war ja Rückschluss drauf, scheiß. Ähm. Hier. Hier runter. Hier ist die Kiste. Da ist ne Kiste. Hier bei mir. Teamkiste. Hashtag Beefcake. Aber die können wir nicht öffnen. Ja komm. Jetzt komm runter. Ähm. Leben die noch? Ich glaub nicht übrigens so runter. Lebt die noch? Lebt die noch sein Teampartner noch? Hat der, hatte derjenige der gestorben ist ein Teampartner? Ähm. Ne, der war alleine unterwegs. Schade. Das ist auch ne Diaspitzhacke, ne? Auf Flint könnten wir gut mitnehmen. Auf Höhe 11 übrigens. Ja, ich hab ne Diaspitzhacke. Höhe 11 müssen wir kommen. Er ist durch Lava gestorben, aber die Lava ist dort wo wir uns runtergraben glaube ich nicht in der Nähe. Ah, er ist ne Höhle. Das hätt ich aber auch irgendwie schon erwartet. Nein, Achtung! Oh mein Gott! Wie viele hast du da? Ja, ähm. 7. Haha. Willst du hier oben unten warten? Äh, ja. Ich, ähm. Ja, ja. Willst du hier oben warten? Obwohl. Okay. Ja. Ja, das dauert ja auch nicht lange. Also in der nächsten Folge werden wir uns halt noch wieder hochbauen. Ja, ich bin jetzt hier. Also hier ist gar keine mehr, oder? Dann könnten wir eigentlich hier unten, ne? Wir brauchen auf jeden Fall unsere alten Koordinaten. Ja. Ja, so schwer zu finden ist das jetzt nicht. Ich weiß nicht. Das war am Rand irgendwo auf jeden Fall. Ja. Eine Minute. Eine Minute. Eine Minute zwanzig. Äh, ja. Ich bin fast unten. Fast da. Ähm. Ja, doch. Ich kann mich ja für 3 weit machen. Geil. Ähm. Springen jetzt am besten nicht zu mir runter. Sonst bist du tot. Ähm. Hier müsste der gestorben sein. Irgendwo hier. Auf jeden Fall hinten. Ah. Auf jeden Fall hinten. Oh. Ich habe mich selbst abgeschossen. GG. Äh. Hier scheint nichts zu sein. Aber hier sind ja. Aber wir haben ja noch hier. Eisen. Also hat sich das schon ein bisschen gelohnt. Ja. Da kann ich jetzt kurz noch für die letzten 44 Sekunden kurz was Drip meinen. Vielleicht finde ich ja was für meinen Equip. Ja. Ich habe auf jeden Fall. Das stimmt. Du hast ja noch keine Drip. Hast du eigentlich Dias bekommen von denen oder nicht? Deswegen. Ja. 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 Ich habe glaube ich irgendwie was ganz leise gehört. Aber das stimmt. Ich habe mich gerade im Hintergrund ähm. Ja. Auf mein Video gerendert. Ich habe ja gesagt, dass es während der Aufnahme dann noch fertig ist. Und ja. Okay. Auf jeden Fall jetzt die Zeit ist vorbei. Ich chill mich hier rein. Und dann. Ja. Auf jeden Fall GG. Ein paar Sekunden. Ja. Ja. An die. An Devil. Ich weiß gar nicht wie das Team heißt. Oh man. Äh. Die hießen Dings. Also ich kann es ja kurz nachschauen. Ich habe das hier nebenbei offen. Devil. Devil. Irgendwas. Warte. Warte. Mir fällt jetzt nicht ein. Äh. Äh. Ne. Warte doch. Hashtag Team Klugheit geht vor. Ach ja. Genau. Team Klugheit geht vor. Und ja. Falls ihr die Perspektive. Also den Kampf aus deren Sicht er sehen wollt. Dann. Äh. Schaut auf jeden Fall bei dem vorbei. Ich verlieg den Kanal nochmal extra. Oben in der Videobeschreibung. Und. Ja. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte? Ähm. Bis. Okay. Dann mach ich's wieder. Falls euch dir heute die Folge wieder gefallen hat. Von Varro. Heute mal wieder. Heute mal etwas Action. Nicht immer das gleiche. Wie zum Beispiel Stripmine. Oder. Was auch immer. Ja. Aber dann wird das jetzt erstmal wieder ein bisschen Stripmine. Ähm. Ja. Jetzt habt ihr auch ein bisschen Action gehabt. Ja. Aus meiner Sicht war das nicht so spannend. Da ich irgendwie sehr sehr defensiv gespielt habe. Weil ich nicht sterben wollte. Hä. Und ich wollte dir halt am. Ja. Obwohl du die harten. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Dann sag ich noch. Lass eine Bewertung da. Nichts gegen Hey. Nichts gegen Noobs. Nur Hey. Lass eine Bewertung da. Und dann sag ich noch. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.